Wie nehmen Sie die Polizei in Baden-Württemberg wahr? Ich nehme wahr, dass die Polizei jegliche Unterstützung der Politik braucht. Aber nicht nur, was die personelle Stärke angeht von der Polizei, sondern eben auch Staatsanwaltschaft und Richterschaft. Also sprich, den ganzen Rechtsapparat müssen wir stärken, damit wir die Polizei an der Basis wieder stärken können.